Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor liest aus seinem Roman, der im Primero Verlag erschienen ist und beleuchtet wichtige Fragen, die sich aus der Katastrophe von Stalingrad ergeben. Leutnant von Wetzland, nach wie vor beseelt von seiner stündlich fortschreitenden Metamorphose zum Frontkämpfer, war erstaunt gewesen, dass man es nicht für nötig gehalten hatte, die neuen Leute aufeinander einzuspielen, um eine schlagkräftige Truppe zu formen. Doch sein neuer Vorgesetzter, ein mürrischer älterer Hauptmann, dessen frische Gesichtsnarben Fronterfahrung verrieten, hatte ihn barsch und formlos zur Eile beim Ausfüllen der notwendigen Formulare angetrieben. Dann war es, tief in der Nacht, losgegangen, in allgemein östlicher Richtung. Wohin genau, wussten die Lanzer noch nicht. Wilde Gerüchte, die von der bevorstehenden Eroberung Persiens und einer Vereinigung mit Rommels Armee bis zu einem Durchmarsch nach Indien reichten, machten die Runde. Immerhin, man hörte jetzt auf den Namen Sturmpionierbataillon 125, war angeblich spezialisiert auf Straßenkämpfe und fraglos eine Elite-Truppe. Dafür standen die teilweise hoch dekorierten Männer, die neben dem Leutnant saßen. Überlebende siegreicher Schlachten. Polen, Frankreich, Jugoslawien, Griechenland, Afrika. Einige auch mit Russland-Erfahrung. Man tauschte Erinnerungen aus. Leutnant von Wetzland unterbrach den Brief an seine Verlobte, der inzwischen literarische Ausmaße angenommen hatte, und hörte den Männern gebannt zu, deren Gesichter vom Schein des Kanonenofens beleuchtet wurden. Sein Zug. Männer, mit denen man kämpfen konnte. Er bereute keine Sekunde, dass er vor der Abfahrt den Wunsch geäußert hatte, im Waggon mit seinen Leuten und nicht mit den Offizieren zu fahren. Das Stampfen der Lok in der wolkenlosen Nacht übertrug sich auf verzurrte Werkzeugkisten, auf das Gepäck, die Turnister, gab seinem Blut und dem der Männer denselben Rhythmus. Gemeinschaftsgefühl durchflutete ihn. Rollo war weniger glücklich. Er warf wütend sein Blatt auf einen Vierkantschädel, der einem etwas begriffsstutzigen Schwaben namens Edgar gehörte. Mensch, kannst du nicht mitzählen? Was butterst du jetzt die Zehn rein, wo doch klar ist, dass er noch die Sau hat. Edgar, der das zweifelhafte Glück genoss, von Fritz und Rollo in die Grundbegriffe des Kartspiels eingewiesen zu werden, sammelte bedächtig die Karten ein. Fritz war damit beschäftigt, seine Punkte zu zählen. 59, 62, ohne vier spielt fünf, verloren zehn, Contra 20, das Contra kam von Rollo. Macht 200 Miese für jeden von euch. Edgar notierte das Ergebnis sorgfältig auf einem Zettel. Er hatte nach einer Dreiviertelstunde genau 2334 Miese. Er war zwar Schwabe, aber er war auch Kamerad. Deswegen spielte er weiter. Rollo nahm seinen Punktestand weniger gelassen hin. Mit dem Lupo hätte der Dicke das Spiel nie durchgebracht. Der hat mit seinem kompletten Dachschaden besser gespielt als du. Ist doch Schnee von gestern. Der Edgar lernt es schon noch. Fritz bediente sich ungefragt aus Edgars Zigarettenschachtel, der, sparsam wie er war, als einziger noch Kurmark hatte, während alle anderen längst auf Juno umgestiegen waren. Am Anfang macht jeder ein paar Miese. Gegen meinen genialen Spielfluss kommt der Rollo einfach nicht an. Es ist jedes Mal wieder ein Schock für ihn. Halt die Fresse! Weiß inzwischen irgendjemand, wo der Scheißzug hinfährt? Edgar, der ursprünglich zur Marine gewollt hatte und auf dessen Brust ein Dreimaster eintätowiert war, hatte seine Hoffnung, wenigstens einmal in seinem Leben das Meer zu sehen, noch nicht aufgegeben. Ich habe gehört, es geht an Kanal. Wir springen den Engländern ins Kreuz. Großes Gelächter. Wenn dem so war, fuhr man schon seit drei Stunden in die falsche Richtung. Gebt dem Gruschsammler mal einen Kompass. Er hat doch recht, die verdammten Tommys müssen endlich dran glauben. Ja, sicher, und in Paddelbooten fahren wir rüber. Rollo nahm Fritz zur Strafe dessen Bierflasche weg. Hey, Vorsicht, alter SA-Mann. Ja, ja, die Flaschen hoch, die Augen fest geschlossen. Halten Sie den Mund, Obergefreiter, und setzen Sie sich auf den Körperteil, der Ihre Persönlichkeit am entscheidendsten geprägt hat, sagte der junge Leutnant, ohne von seinem Buch aufzusehen. Fritz konterte unter dem Gelächter der Lanzer mit einem Kopfstand in der Ecke des Waggons. Auch der Leutnant konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, bevor er rasch umblätterte und weiterlas. Rollo warf ihm einen bösen Blick zu. Dem würde das Lachen schon noch vergehen. Saß hier mit ihnen im Mannschaftswaggon und versuchte, auf Kameradschaft zu machen. Hoffentlich war er an der Front auch immer so nah bei ihnen. Inzwischen versuchte Fritz, auf dem Kopf stehend, mühsam einen Schluck Bier zu trinken. So steigt das Bier direkt in den Kopf, gurgelte er. Birne wie Luftballon, vollkommen neues Lebensgefühl, afrikanisch, wie der Mufti auf dem Kamel. Rollo leerte seine Flasche aufrecht stehend. Grimmig betrachtete er den blonden, penibel zurückgekämmten Schopf des Leutnants. Wo waren denn die ganzen Lackaffen und Grünschnäbel, als wir 23 marschiert sind? Er war damals fünf Jahre alt gewesen, was ihn jedoch nicht daran hinderte, seine leere Flasche so wütend auf den Leutnant zu richten, als wäre er persönlich beim Münchner Putsch mitmarschiert. Die haben die Flachwichser bezahlt, die unseren Leuten von der SA den Schädel eingeschlagen haben. Streicheln einer, sonst heult er, empfahl Fritz den anderen. Aber mit diesen feinen Herrschaften wird der Führer nach dem Endsieg als erstes aufräumen. Rollo schwankte und kippte mit dem Oberkörper gegen die Wand des Waggons. »Im Grunde sind das lauter Juden!« Edgar packte ihn am Arm. »Jetzt hörst auf, ja?« Ängstlich blickte er zu dem jungen Leutnant hinüber, der jedoch so tat, als hätte er nichts gehört. Rollo schüttelte Edgars Hand ab. Plötzlich stand er in tadelloser Haltung dicht vor dem Leutnant. »Herr Leutnant, gestatten Sie mir, dass ich Ihnen eine Wette vorschlage!« Der Leutnant hob die Augenbrauen und musterte ihn langsam von oben bis unten. »Aber bitte keine Trinkwette!« Am Anfang seiner Ausbildung hatte er immer wieder Angst gehabt. Er könnte einmal einer Situation nicht gewachsen sein. Es könnte sich jemand seinem Befehl widersetzen. Aber das war bisher nie vorgekommen. So war er rasch selbstsicherer geworden und betrachtete es inzwischen als willkommene Herausforderung, seine Persönlichkeit im Umgang mit möglichst schwierigen Untergebenen weiter zu festigen. Rollo spürte, dass er unter dem Blick seines Vorgesetzten rot wurde. »Ich wette mit Ihnen«, stieß er hervor, »dass ich den Krieg überlebe und Sie nicht.« Plötzlich war es ganz still im Waggon. Fritz stellte sich wieder auf die Füße. Alle Blicke waren auf den neuen Leutnant gerichtet, der sie mit unterschwelligem Spott musterte. Er wusste, was sie erwarteten und richtete seinen Blick direkt in Rollos leicht gerötete Augen. »Was setzen Sie?« fragte er sachlich. Rollo, der bereits fest mit einer Barschenzurechtweisung, wenn nicht Bestrafung gerechnet hatte, Kniff überrascht die Augen zusammen. Das hatte er sich nicht überlegt. Verzweifelt suchte er nach etwas, womit er seine ganze Verachtung ausdrücken konnte. Es fiel ihm nichts Rechtes ein. »Um zwei Kisten Mineralwasser, wenn Sie wollen!« Trotzig streckte er seine Hand aus. Der Leutnant ergriff sie, drückte sie kurz und höflich. »Und wie soll der Verlierer zahlen?« fragte Fritz. »Musst ein Testament machen, Rollo!« »Ach, halt die Fresse!« Rollo riss einem grinsenden Lanzer die Bierflasche aus der Hand und verkroch sich missmutig zwischen zwei Werkzeugkisten. Diese feinen Pinkel treten es immer so, dass man sich beschissen fühlte. Immer. Nur an der Front war es anders. Er nahm einen weiteren Schluck Bier und freute sich auf den Krieg. Christoph, gab es viele Menschen, die mit so viel Idealismus in den Krieg gezogen sind? Ja, das waren vor allem junge Offiziere, die damals mit den klassischen soldatischen Tugenden Ritterlichkeit, Tapferkeit, Kameradschaft angetreten sind. Und gleichzeitig gab es natürlich auf der anderen Seite die Ansage von Hitler, dass dieser Feldzug im Osten ein Vernichtungsfeldzug wird, dass der sowjetische Soldat kein Kamerad ist, sondern ein Untermensch. Und diese zwei Welten prallten dann auch relativ schnell sehr unbarmherzig aufeinander. Hat sich der Idealismus dann im Laufe des Krieges verändert? Also bei denen, die so wie meine Hauptfigur dann in das fürchterliche Kampfgeschehen an der Front und dann nachher im Kessel von Stalingrad in die hoffnungslose Endsituation reingezogen worden sind, ganz bestimmt. Es war oft so, dass diese jungen Offiziere entweder sehr schnell, weil sie viel zu leichtsinnig waren, gefallen sind, speziell die jungen Leutnants. Und wenn sie länger überlebt haben, meistens nur mit Hilfe erfahrener Frontkämpfer, die sie mochten und angeleitet haben, so wie es dann bei mir im Roman auch ist. Und oft war es so, dass dann nach einer ersten Phase, wenn sie den Krieg richtig erlebt haben und natürlich die üblichen Panikanfälle gekriegt haben, Angst, Schockstarre, Versuche auch teilweise sich zu drücken, dass dann sie teilweise zu mutigen Soldaten wurden. Und dass sie aber dann, also speziell in Stalingrad, dadurch, dass die Situation tatsächlich völlig ausweglos wurde und man auch sehr deutlich gespürt hat, dass einen die Führung hier gnadenlos verrät, hat sich ja da die Stimmung bei vielen Soldaten das erste Mal grundsätzlich gedreht. Und es gab auch zum ersten Mal deutsche Soldaten in größerer Anzahl, die den Befehl verweigert haben und die teilweise auch versucht haben zu desertieren. Und wie haben sie versucht zu desertieren? Ich meine, sie waren ja im Kessel gefangen, es war ja nicht so einfach zu entkommen. Das stand, wie später halt der gesamte deutsche Widerstand immer unter dem Menethekel zu spät. Es war tatsächlich dann zu spät im Kessel von Stalingrad. Die Leute haben zwar dort dann den Befehl verweigert, sind desertiert, haben versucht ums nackte Überleben zu kämpfen, was meistens hieß, dass man noch versucht hat, irgendwie an Nahrung zu kommen. Aber es war tatsächlich zu spät. Die Lage dort war ausweglos. Also es kam so gut wie keiner mehr aus diesem Kessel raus. Und insofern ist es eben auch ein ganz interessantes Bild für die deutsche Tragödie und auch das große deutsche Verbrechen, weil der deutsche Soldat in Russland natürlich zuerst Täter war und dann Opfer wurde. Das heißt, viele dieser Männer, die dann nachher im Kessel elend verreckt sind, hat natürlich während dem Vormarsch Kriegsverbrechen begangen. Wir wissen ja heute alle, dass dieses saubere Bild von der Wehrmacht vor allem in Russland überhaupt nicht gilt, dass die dort oft mit den Einsatzgruppen zusammengearbeitet haben. Und insofern war eben auch dieses Desertieren im Kessel zu spät. Man hat zu spät erkannt, welchen Verbrechern man da auf den Leim gegangen ist. Und der Widerstand war hoffnungslos. Und das ist vielleicht auch was, was sich in der deutschen Geschichte immer wiederholte. Und gab es einen bestimmten Auslöser, warum dann die Soldaten, die davor diesen starken Idealismus hatten, beschlossen haben zu desertieren? Also bei mir im Roman ist so, dass diese ehemalige Elite-Truppe von Sturmpionieren im Kessel dann den Befehl bekommt, Zivilisten zu erschießen, also auch Frauen und Kinder, schlicht und einfach, weil es für die nichts mehr zu essen gibt. Und dass das, sagen wir mal, der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt. Aber es gab natürlich auch weniger heroische Beweggründe. Es gab natürlich Soldaten, die einfach desertiert sind und auf eigene Faust versucht haben, sich Essen zu organisieren. Die teilweise auch versucht haben, auf eigene Faust aus dem Kessel irgendwie rauszukommen, was eigentlich nie geklappt hat. Aber bei mir, also für die Hauptfigur speziell, ist es wirklich der Punkt, dass er gezwungen ist, Kriegsverbrechen zu begehen, wovon er immer geglaubt hat, dass er da weit drüber steht und dass es seine soldatische Ehre ihm nie erlauben würde, sowas zu tun. Das war die erste Folge zu unserem Podcast zu Stalingrad. Vielen Dank fürs Zuhören.